Dass das weltweite Ausspähen des Internets durch US-amerikanische und britische Geheimdienste enthüllt wurde, hat viele Nutzer schlagartig aufgerüttelt. Und wer es beherrscht, der versucht nun so gut wie irgendwie möglich, die eigenen Daten zu verschlüsseln. Im normalen Online-Verkehr sind die nämlich bisher mehr oder weniger lax geschützt, wenn überhaupt. Große E-Mail-Anbieter haben bereits reagiert und auch interne Firmenkommunikation wird vielerorts nun stärker gesichert. So etwas gab es bisher schon, zum Beispiel, vielleicht machen Sie das selbst beim Online-Banking oder beim Internethandel. Aber seit heute wissen wir, auch all diese Verschlüsselungen können durch NSA und Partner knacken und umgangen werden. Und zwar schon lange. Ulla Fiebig berichtet. Es ist schon bequem, auf dem Sofa schnell noch eine Überweisung machen. Doch jeder dritte Internetnutzer hat auch Angst vor Betrug beim Online-Banking, sagt eine aktuelle Studie. Die Angst scheint nicht unbegründet, zumal nicht nur Kriminelle, sondern angeblich auch der Geheimdienst NSA mitmischt. Er selbst soll verschlüsselte Verbindungen im Internet knacken oder umgehen. Selbst Insider wie Frank Rieger vom Chaos Computer Club hätten das so nicht erwartet. Überraschend an diesem neuen Skandal ist eigentlich das Ausmaß und die Dreistigkeit, mit der da vorgegangen wird. Und wie sehr die NSA sich da schon in die Infrastruktur des Internets hineingegraben hat und versucht halt eben alles und wirklich jeden abhören zu können. Wie man vertraulich im Netz kommunizieren kann, das wird bei sogenannten Kryptopartys erklärt. Bisher steht etwa das HTTPS für eine recht sichere Verbindung. Nun aber gibt es auch daran Zweifel. Noch dazu soll die NSA die Entwicklung von Verschlüsselungssoftware beeinflusst und Firmen bestochen haben. Sicherlich wird das Vertrauen in die Sicherheit der Angebote großer amerikanischer Firmen erschüttern. Weil ja klar geworden ist, dass diese Hintertüren, die die NSA da hat, eben mit Kooperation amerikanischer Internetunternehmen eingebaut wurden. Und auch mit Kooperation amerikanischer Firmen, die Technologieprodukte herstellen. Aber auch das Vertrauen ins Internet insgesamt könnte unter den immer neuen Ausspähvorwürfen leiden. Die Bundesregierung empfiehlt den Bürgern weiterhin, Daten zu verschlüsseln und bleibt ansonsten gelassen. Wenn man hier und da mal eine Computerzeitschrift liest, wird man feststellen, dass dieser Verdacht nicht neu ist. Und sie können davon ausgehen, dass die Bundesregierung auch diesen Dingen nachgeht. Aber zunächst mal ist sie da ja auch nicht gefragt. Für die Opposition das völlig falsche Signal, die erwartet von der Regierung mehr als nur abzuwarten. Es ist im Grunde ein Skandal, dass man es einfach nur an die Bürgerinnen und Bürger delegiert. Und wenn man heute die Aussage des Regierungssprechers dazu hört, für dieses Schulterzucken würde jeder IT-Administrator gefeuert werden. EU-Justizkommissarin Reding jedenfalls wirbt für strengen Datenschutz und fordert empfindliche Strafgelder für die Unternehmen, die sich nicht dran halten. Die deutschen Banken beruhigen heute erst einmal, ihr Online-Banking sei sicher. Ganz generell raten Netzexperten weiter zum Verschlüsseln, am besten mit freier, also nicht kommerzieller Software.